Hallo, ich bin Lukas Metzger und wir sind die sieben frisch gewählten Mitglieder des Präsidiums von Wikimedia Deutschland. Wir wurden heute auf der Mitgliederversammlung in Berlin gewählt und vor uns stehen anderthalb arbeitsame Jahre voller Einsatz für das freie Wissen. Und wir sind teilweise Wikipedianerinnen und Wikipedianer, teilweise kommen wir aus anderen Teilen des Vereinsumfelds. Und zum Teil sind wir schon dabei gewesen, zum Teil kommen wir neu dazu und wir freuen uns auf den Austausch mit den Mitgliedern und mit den Communities. Bis bald! Bis bald!